die id gtx familie die wächst immer weiter und jetzt ist sogar vw nutzfahrzeuge dran denn es gibt ab sofort auch den id bus als gtx version also als sportversion und vw sagt das ist der stärkste bully aller zeiten das ist natürlich ein bisschen marketing aber ich kann euch jetzt schon mal verraten das ding sieht richtig gut aus und was sich da getan hat das schauen wir uns jetzt an vorab muss ich ja erstmal sagen ich persönlich bin großer fan des id bus ich finde der ist optisch wirklich absolut gelungen beim gtx da haben sie jetzt noch mal so ein paar kleine nuancen verändert eigentlich hauptsächlich alles was sich hier unterhalb dieser schürze befindet zum einen haben wir hier diese lufteinlässe in warmen optik die sollen so ein bisschen an den gti erinnern und dann haben wir hier außen die neue gtx lichtsignatur das sind diese zwei dreiecke die so aufeinander stehen das kennen wir auch vom id 3 gtx oder auch vom id 7 gtx also das ist jetzt wirklich das erkennungsmerkmal für die gtx modelle ja iq light also die besten scheinwürfer diese natürlich serienmäßig bei diesem topmodell und dann gehe ich ja mal rum dann haben wir ziemlich große felgen 21 zoll felgen bicolor optik ziemlich geschlossen und die stehen im auto sehr gut serie sind die allerdings nicht ohne aufpreis gibt es 19 zoll und es gibt den normalen die was ja auch mit 19 zoll und da kann man sagen die sind schon ganz schön verloren aus also man sollte hier auf jeden fall vielleicht noch ein paar euros einplan für diese großen felgen denn ich finde so passt das gesamtbild auf jeden fall und dann müssen wir noch was zu der lackierung sagen der rotton das ist kirschrot uni und das hier unschwer zu erkennen als zweifarb lackierung ausgeführt mit silber ich persönlich bin jetzt nicht der größte fan von dieser zweifarb lackierung die kostet beim normalen id was irgendwie gute 3000 euro aufpreis es gibt aber auch sechs weitere uni lackierung oder wenn man eben mag zwei andere zweifarb lackierung das ist einfach geschmackssache jetzt hier einmal entlang geschritten und ihr seht schon ich kann ganz schön weit gehen und da werden die profis unter euch erkannt haben aha das ist doch die lang version lang version vom aldi bus das bedeutet wir haben 25 zentimeter mehr radstand und die tür die ist 19 zentimeter länger und den gtx den gibt es sowohl als lang version so wie er hier steht aber auch als kurz version da wird es dann gleich auch noch mal ein paar unterschiede geben die erzähle ich euch dann im detail bei den technischen daten aber jetzt kommen wir erstmal noch mal hier wieder rum christian du musst heute viel laufen schauen wir natürlich noch mal aufs heck und da hat sich tatsächlich wenig bis gar nichts geändert unter dem riesigen vw logo ich fühle dass das wirklich einfach das größte vw logo was auf irgendeinem auto überhaupt drauf ist haben wir jetzt hier den gtx schriftzug ja und ansonsten ihr seht es unspektakulär aber wir machen natürlich noch die klappe auf dann gucken wir noch mal rein auch da hat sich jetzt gtx spezifisch nichts verändert es kommt immer auf das layout an welche sitzkonfiguration ich wähle hier haben wir jetzt den 6 sitzer also 222 es gibt 1340 bis 2469 liter stauraum in der lang version also wirklich richtig richtig viel man kann die lang version dann eben wie gesagt wenn man diese sitze aufstellt hat man dann nur noch ein bisschen platz das sind dann so gute 300 liter man kann diese sitze auch rausnehmen es gibt alle möglichkeiten es gibt fünf sitzer konfiguration sechs sitzer konfiguration sieben sitzer konfiguration so wie man das auto braucht und dann wenn wir jetzt hier schon gerade stehen ist es vielleicht noch ganz spannend können wir hier noch mal die anhängerkupplung ausklappen denn auch da hat sich was getan dieses auto hat jetzt 1600 kilo anhängelast und das sind 600 kilo mehr als beim id bus pro das liegt daran dass wir hier allradantrieb haben und die kurze version vom gtx die kann sogar 1800 kilo ziehen also da kann man schon so großen anhänger oder auch ein pferde anhänger mit ziehen die glaube ich wieder ein die mache ich zu und dann würde ich sagen steigen wir ein und schauen mal was so drin gtx mäßig los ist dann wollen wir doch mal schauen was sich hier im id bus gtx so getan hat und das erste was natürlich auffällt sind diese sitze komfort sitze elektrisch verstellbar und wie es sich für einen echten bus gehört natürlich hier auch mit armlehne so kann man schön drauf legen aber das eigentlich besondere ist natürlich hier diese steppung so eine rauten steppung haben wir auch hier an der sitzlehne und hier oben im sitz noch mal so eingelasert das gtx logo ansonsten so ein paar kleine rote akzente hier eine rote naht hier am lenkrad rote naht und gtx logo damit ich auch nicht vergesse was ich hier fahr was wirklich besonders ist das ist der dach himmel wer ist euch aufgefallen der ist schwarz und das ist tatsächlich nur bei den gtx versionen so ist natürlich schwarz ist immer sportlich und ich kann euch jetzt sagen vom gefühl her wirkt es tatsächlich ganz anders alle anderen adi bus die haben hellen dach himmel dadurch wirkt das alles super luftig hier wirkt es alles ein bisschen vw würde jetzt sagen sportlich aber ich sage irgendwie ein bisschen gedrungener und das obwohl es überhaupt nicht gedrungen ist alles alles immer noch mega luftig und ihr seht ja ich komme kaum hier an die scheibe ran weil so viel platz hier ist aber durch diesen schwarzen dach himmel wirkt es anders eigentlich bin ich mal riesen freund von den dunklen dach himmel aber hier weiß ich nicht persönlicher geschmack aber ja ich glaube ich würde tatsächlich lieber einen hellen dach himmel haben neu ist das head up display da vorne das gab es bisher nicht für den adi bus jetzt im gtx wird es das geben außerdem haben wir hier ein 12,9 zoll display vorher war das 12 zoll mit einer festen leiste oben auch beleuchteten touch slidern das ist ebenfalls neu ja jeder die sprachsteuerung die hat jetzt chat gpt tiefenintegration auch das kennen wir schon von anderen modellen das sind eigentlich so wirklich die wichtigen neuen features ansonsten ist das hier wirklich ein sehr sehr bequemer platz und ich würde sagen wir gehen noch mal einmal nach hinten schauen mal was ich da getan hat das ist schon sehr komfortabel so schön entspannt elektrische seiten türen und auch elektrisch wieder schließen wie ich ja eben schon erwähnt habe haben wir hier eine sechs sitzer konfiguration also zwei zwei und zwei sitze man kann eben auch hier eine durchgehende sitzbank haben ich finde so natürlich mit einzeln sitzen ist es besonders komfortabel auch hier hinten haben wir die gleichen sitze mit der gleichen rauten steppung auch mit roter naht das wirkt wirklich edel gefällt mir gut und ich glaube ihr seht wie viel platz ich hier habe das passt auf jeden fall richtig gut und weil ich gerade so bequem sitze würde ich sagen erzähle ich euch auch ein bisschen was zu den technischen daten vom alibas gtx der hat nämlich jetzt wie schon verraten zwei motoren also allradantrieb wir haben hinten den großen motor 210 kw 286 ps und vorne noch eine asynchron maschine 80 kw 109 ps in summe ergibt das dann 250 kw oder eben 340 ps damit ist er genauso stark wie der id 7 gtx und eben der stärkste bulli aller zeiten wie vw sagt 0 auf 100 haben wir auch schon sechseinhalb sekunden das finde ich für dieses doch sehr große auto schon sehr amtlich top speed ist begrenzt auf 160 das sind immerhin 15 km h mehr als bisher und es wird noch mal interessant bei der batterie denn da gibt es zwei unterschiedliche größen der lange radstand in dem wir hier sitzen der hat einfach mehr platz für eine größere batterie 86 kilowattstunden netto ist die groß und die kleine version die hat 79 kilowattstunden als akku hier können wir mit maximal 200 kw laden in dem kurzen radstand sind es 185 kw also ist wirklich kaum unterschied ja das waren die wichtigsten fakten bis auf die reichweite und da sagt vw offiziell noch nichts zu aber ich konnte zumindest mal den entlocken dass sie sagen ja ungefähr so bei 420 kilometer werden sich wohl beide versionen einpendeln klar der hier hat zwar eine größere batterie aber eben auch mehr auto mehr gewicht deshalb ungefähr beide 420 vielleicht 430 kilometer so und ich würde sagen jetzt steige ich wieder aus und wir sehen uns am heck zum fazit ich habe es mir hier hinten mal im adi bus gtx bequem gemacht ich finde das passt eigentlich ganz gut und zwei wichtige infos die habe ich noch für euch zum einen der marktstart september diesen jahres wird das sein also ein bisschen muss man sich noch gedulden und zum anderen natürlich die preisfrage offiziell sagt vw dazu noch nichts aber wir schauen mal kurz in den konfigurator beziehungsweise ich habe das für euch übernommen und zum zeitpunkt dieser aufnahme liegt der basispreis des adi bus pro so ungefähr bei 65.000 euro jetzt kann man mal rechnen für den gtx sicherlich noch mal so ungefähr 10.000 euro obendrauf also sagen wir mal 75 als langversion wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr so 77 78 knapp unter 80 irgendwo da so sicherlich alles andere als ein schnäppchen und sicherlich sehr viel geld vor allen dingen für familienväter aber nichtsdestotrotz ich muss sagen ich bin großer fan des autos ich finde es optisch nach wie vor mega gelungen und ich könnte mir vorstellen dass der als gtx auch noch richtig gut fährt ja das war eigentlich alles zum adi bus gtx lasst mich gerne wissen wie euch auto und video gefallen haben ihr wisst ja alles immer in die kommentare schreiben lese ich mir durch falls sie noch fragen habt auch das gerne in die kommentare ich versuche die dann im nachgang zu beantworten und dann würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten mal macht's gut ciao